Hallo ihr Lieben, heute kurz und bündig der Jungfrau-Hase. Da jagen rechte Angsthasen durchs Leben. Ständig suchen sie Schutz und merken nicht, dass sie damit den Mitmenschen lästig fallen. Jungfrau-Hasen denken viel und lange, bevor sie sich entscheiden oder gar handeln. Sie taktieren übervorsichtig und entschließen sich nur mit vielen Wenn und Aber. Und trotzdem zwingen sie einiges unter ihren Billen. Ihr Wachergeist lässt die Gegner reihenweise abblitzen. Ihr Finanzgenie macht aus einem 5-Euro-Schein schnell einen Tausender. Im Beruf bleiben sie oft nur zweite Wahl, weil sie den Posten an der Spitze einem anderen überlassen, der dann die Verantwortung auch für das trägt, was die Jungfrau-Hasen in seinem Namen entscheiden. Haben sie sich einmal zur Führerschaft durchdrungen, dulden sie keinen Widerspruch. Wer wollte wohl jemandem widersprechen, der seine geistige Überlegenheit so deutlich spüren lässt wie der Jungfrau-Hase. Die Liebe findet bei diesem Mischzeichen etwas unterkühlt statt. Auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen denkt der Jungfrau-Hase zu viel, wo schneller Entschluss und schnelles Handeln das Lebensglück sichern könnten. Männliche Jungfrau-Hasen stehen darum wohl erst spät vor dem Traualtar. Was sie bis dahin gefunden haben, könnte eine reiche Witwe sein oder eine jugendliche Schönheit. Diese Sternen-Mischlinge schätzen nämlich beides, finanzielle Sicherheit und künstlerische Schönheit. Weibliche Jungfrau-Hasen sind recht attraktiv anzuschauen, nur anfassen darf man sie nicht. Sie sind die Kräutchen, rühr mich nicht an, unter dem Sternenhimmel. Obwohl sie Streicheleinheiten wie jeder andere Mensch benötigen, schämen sie sich. Das dem Partner einzugestehen. Bei ihnen finden Männer das große Glück, die nicht nur Süßholz raspeln können, sondern wissen, was sie wollen. Das war der Jungfrau-Hase. Für mehr Videos im Bereich Esoterik, Produkttests, Haushalt und Gesundheitstipps würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.